ja 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 bist du soweit können wir mal runter noch schnell ja machen wir aber wir müssen wahrscheinlich wieder nach ein bisschen woanders entfliegen nicht auf dem stamm wo wir wohin waren aber da sind die fische ja schon weg wir müssen wahrscheinlich dahin fliegen wo wir wohin weißt du nein du hast mich schon wieder du kannst das echt nicht ja 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 genau hat die menschen links 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 dahinten zu anderen spitze links stellen es kommt bestimmt was am ufer mit dem stein man jetzt heute hier um rechts wieder ein bisschen ja das war eigentlich das ist schon wieder runter okay dann kannst du kurz absteigen dem devil geben weil er hat nämlich da war jetzt nicht wieder hängt dann häng ich wieder mit dem kopf irgendwo festgleichen ausdauer so 400 ausdauer jetzt ja aber es ist so bis rechts einfach rechts und fragt nicht wieder ob da was im wasser ist noch weiter rechts so erstmal da hinten waren ja auch steine am wasser denn das ist und das noch zu früh so weiter diese nur piranhas die brauchen wir nicht das sind oben feiner oder sind schwätze das ist ein quetzel das ist auch so ein großes fliege viel ist das größer wie das hier ja das bedeutet da kannst du sogar auch so wie auf den enden dinos und so eine hütte drauf bauen ja was das bedeutet wir sollen mal fangen ja warte mal ich müsste vielleicht noch mal so groß aus aber der ist groß das ist kein quetzel ist das wenn man acht doch klar quetzel weiblich was machst du jetzt ja schnell bevor der weg ist sie sehen ja nicht ich kann mich nicht so weit drehen was ich wieder für luchs augen habe wo ist ja da ist er okay wir müssen ja dann kriegen auf jeden fall ja gleich dort da gibt es uns an bist du bereit du musst bereit sein ich schieße warte mal ein bisschen näheran noch ich will jetzt machen betroffen also war was noch gott oder fliegt schnell aber sowas von schnell schließt drauf ja ich bin dabei ja jetzt ich muss das bereit mit berechnen dass er jetzt dritter streffer vierter fünfter die sau 6 15 ich bin auch nicht so gut das ist halt das Problem ja versuche ich habe ich versuche ihn im Auge zu behalten schnell landen der war irgendwo hinter uns auf jeden fall der hat ja so ein stamina Punkt die gehen sofort weg ich sehe noch rechts du siehst ihn okay ich kann nicht sehen wo muss soll euer kommende Schlange da oben ist er wieder okay sonst gehe ich auf den stein noch kurz vor dir runter ja kurze kurze da war knapp gelandet du interessant wäre wenn man mit entfernt lassen den status sehen könnte von solchen vögeln dann wie ja echt vorbei ach komm Mist Nein. Ich glaube, das gefährliche Gebiet hier. Ja. Wollen wir da noch hinterher oder nicht? Wir müssen hinterher. Was? Wir müssen hinterher. Kannst du noch Energie noch nicht mehr? Naja, ein bisschen unter der Hälfte. Boah, aber den Bäumen zu finden. Ich habe gedacht, der dreht hier nochmal ab. Oh, okay, geh mal lieber runter, tank mal unten auf, dann ist er wieder ein bisschen beruhigt. Ich weiß ja nicht, wann sich das resettet bei denen. Wie schnell. Ich weiß auch nicht, wie schnell. Hast du ihn schon mal gefangen? Nee. Boah ey, der ist auf jeden Fall nach links irgendwo in den Bäumen rein. Bleib stehen. Boah, es gibt noch nichts stärkeres nachher, ne? Ja doch, gibt schon noch stärkere. Okay. Nein, ich meine jetzt Betäubungssachen immer noch nicht. Ach so. So, da muss er irgendwo... Ja, nur Muttsachen gibt's noch. Okay. Da muss er irgendwo hier drin sein. Den werden wir wahrscheinlich nicht mehr wiederfinden, vermutlich schon fast. Ich hab gedacht, der macht ihn halt nicht durch die Bäume, hab ich gedacht. Bis da rumdrehen. Der muss irgendwo direkt vor uns... Irgendwo muss er vor uns sein, in den Bäumen. Also ich kann mir viel vor wie bei dem anderen Spiel hier, See Hunt oder so. Los mit Dinos. Wo ist er denn hin? Oder ist er untergeknallt vielleicht tatsächlich halt. Das wär's ja, oder? Ja, das ist Stein doch. Okay, ich glaub jetzt muss er zurück. So weit ist er noch nicht geflogen. Aber ich seh nicht mehr. Na ja, flieg mal wieder zurück, dem Tue. Ist er runtergeknallt doch? Flieg mal ein bisschen tiefer. Na ja, flieg mal richtig zurück. Ja, ich will noch nicht bei den Bäumen hier so. Weißt du, wie geht ja? Ja, dann müssen wir drauf achten, dass sie nicht kommen. Ja. Das sind sowieso gerade Hammerweg Tiere hier, oder? Oder ich seh die nicht, die spawnen nicht irgendwie. Was ist das denn da? Ist das ne Ameise? Ja, ich guck auch grad. Ja, links, ne? Jetzt, jetzt kommen die Tiere. Das stand jetzt hier, oder was? Ja, das ist hier, das können wir ja schon. Achso, ja. Aber der muss, der muss abgestürzt sein. Flieg mal weiter geradeaus, wir sind ja da hinten. Achso, wir müssen wieder landen. Aber Gott. Der muss abgestürzt sein, halbwegs. Das kann gar nicht sein. Da ist ein Bienennest. Der muss irgendwo hier unten, wo es herumgammeln. Du kommst wie ein Quetz. Achte mal mit auf die Bäume. Ja, versuche ich, ja. Der Vogel ist nur wichtiger. Aber hier sieht nichts danach aus. Verdammt, ey, wo ist der denn hin, ey? Quirli-Quali, wo bist du? Quatzel-Datzel. Was ist das denn da? Ne, das ist er nicht. Verdammt, ey. Der hat uns aber auch weit gejagt, ey. Das gibt's doch nicht, ey. Scheiß Bäume. Der hätte ihn wahrscheinlich mal so anfliegen sollen, dass er nicht in die Bäume reingeflogen wäre. Da fehlt eindeutig noch Ausdauer. Ja gut, das können wir doch nicht vergessen. Ja. Der fehlt noch nicht mehr. Oh, da wurde schon aufgefallen. Ja. So ein Mist. Mach mal unser Zeug. Wo warnt das jetzt hin? Ähm. Ja, da. Ne, ne. Direkt vor. Ne, ein bisschen rechts. Äh, links meine ich. Da, genau. Da ist auch dieser Fluss. Da müssen wir herkommen. Ja, da kommen wir her. Weil wir da vorne recht getroffen hatten. Ey, da steht an uns hier. Meieieieiei. Mal zurückgucken, aber... Naja. Naja. Schade. Das sah gar nicht so groß aus, aber gut, das ist ja in der Luft. Das täuscht wahrscheinlich auch. Ja. Nächstes Mal springe ich auf den Rauf, ey. Oh, der Biber kämpft gegen die Schlange? Ne, doch nicht. Doch. Musst du wieder runter? Ne, ich guck noch. Warte mal, was ist das schwarze da unten? Im Wasser oder was? Ja, das ist doch Obsidian oder nicht? Ne, das sind normalsteine. Das schwarze da unten? Das Peck schwarze, direkt unter uns? Ja, dann willst du es mal probieren. Echt, das sind nur Steine? Die sehen so schwarz aus. Ja, gell? Warte mal. Ja, warte mal, warte mal. Wer hängt da und was? Mit Chai und Feuer, dann hast du recht. Ja, das ist dieser Dingskunde. Ja, ja. Ich mach noch gerade den Ausdauer noch. Ach, warte, Level ab? Ne, äh. Ne, ich kann noch nicht lassen. Ach so. So ein Mistkram echt. Ist aber auch ne Fischer ey. Oh, da fischte schon wieder einer. Ist das der gleiche, der von schon gefischet ist oder was? Ne. Weiß nicht. Sehen alle gleich aus, fast. Ja, da schon auch wieder. Ey, überleg mal, ich bin da vorne an der Kurve, haben wir den getroffen ey. Wie weit er uns gejagt hat ey. Er so mitgezogen hat ey. Er kommt nicht mehr zurück. Der hat sich gemerkt, der hat sich gemerkt, was er sind für einer. Ja. Was wir sind für wer hier. So ärgerlich ey. So was doos ey. Mal hab ja auch nie so Dinger sind. Aber das sieht man nicht von oben, ne? Was? Schwer. 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 Umso weiter weg, umso schwerer ist das. Wir müssen wahrscheinlich sowieso nochmal einen Stein weiter. Also nochmal ein bisschen da die Küste lang. Da kann man nochmal so Steine, Dinger. Genau, da kommen die Kleinen und danach müssten wir schon fast da gewesen sein. Da müsste noch was im Wasser kommen. Nochmal. Hier war ein Stein. Ne weiter 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 weiter. Da. Da ist er. Der Große. Da waren wir von den letzten. Kommen wir da drauf wieder? Das müssen wir gleich mal gucken. Erst mal da landen. Dann machen wir erstmal Feierabend da auf dem Berg. Ja ok. Da kann man ja drüber starten. Genau. Das ist nämlich das Problem hier. Das können wir dann machen. Aber was fliegt ihn da auf dem Wasser? Der ist nur noch ein bisschen weg. Ja. Warum war das so orange? Wahrscheinlich wird es wieder das Schweine heiß. Warten wir schon mal dieses blutrote orangene. Ja. Wir können natürlich auch nicht noch gucken, dass er noch ein Stückchen weiter da längs fliegen einfach und gucken, ob wir einen Stein finden, der besser ist. Weil hier sieht es wirklich sehr, sehr steil aus. Gut, aber wenn man Pfeifen tut, kommt der ja wahrscheinlich auch. Na ja egal. Was ist denn da vorne im Wasser? Guck mal hier. Ich glaube ich habe schon Haie gefunden. Guck mal. Siehst du das da vorne? Wir haben das Fernrohr da. Da gucken noch Flossen aus dem Wasser. Mega Dolorn. Ja. Genau da sind sie. Wo? Wo guckst du denn? Die waren da vorne. Da sind sie unter Wasser gegangen. Nehmen der Schildkröte rechts von der Schildkröte. So anders. Ja genau da sind sie. Schildkröte sehe ich. Und dann ne. Die Flossen sind wieder weg. Die waren gerade eben noch schön oben zu sehen. Ah ok. Sowas ärgerliches ey. Ah der hat mir Vogel noch getroffen. Echt. Schade, 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 schade. Ja. Das wer hätte ja noch was können werden können. Na ja jotto. Also willst du mal Schleswigowski sagen? Ja tschüss. Genau tschüss. Nein natürlich. Danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht. Leider müssen wir uns verabschieden von Fischstäbchen und Seelachs. Sie haben uns sehr treu beleidigt. Aber diese miesen Monster. Man weicht den einen extra aus und auf einmal sind da so riesen Viecher hinter uns. Also was heißt riesig aber sehr starke. War sehr gemein. Na ja wir müssen auf Neujagd gehen so wie ihr gesehen habt. Meine Hose war auch kaputt. Jetzt hängt es irgendwann mal zu regnen hier. Dann haben wir uns irgendwas zu trinken. Ähm. Gucken wir dann mal halt dass wir beim nächsten Mal nochmal Fische bekommen. Und das wird uns erstmal keine Ruhe lassen. Ich denke mal mit diesen doofen, doofen Dingern da. Äh. Wir hatten zwar noch andere Fische bekommen. Und das mit dem Vogel an da auch. So ein cooler Quatsi. Dutzel da. Und äh. Leider ist uns entwischt in den Bäumen. Entweder ist er abgestürzt oder er hat sich gut vor uns versteckt. Oder keine Ahnung was auch passiert ist. Jedenfalls sage ich. Dankeschön fürs Zuschauen. Dankeschön für eure Treue. Abos, Likes, Kommentare, Loose. Alles dazugehört. Wir hatten natürlich die Lust im Livestream. Wisst ihr ja. Wir sehen uns im Livestreams. Einen schönen Tag oder guten Abend. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Junge. Junge. I.